Hallihallo, habe die Ehre herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video in a happy few! Wir haben ja aufgeht, dass wir im letzten Video einige Häuser durchforstet haben. Wir haben gute Sachen gefunden, muss man sagen. Und wir gehen jetzt mal hier durch. Äh... Achso, ab 7 Uhr gibt's kein Gas mehr. Klingt logisch, würde ich sagen, oder? Ich meckern, dauernd übers Gewicht und sammle einen wie ein Hornochse. Das gibt's ja nicht. Lass ich hier rein? Ich nicht. Du kannst nicht all we're done. Hey! Geh weg! Wer bist du? Werner? Ja! Ja! Ich wollte dich eigentlich auf die Seite schaffen. Gesperrt. Schlüssel! Nein! Auch nicht! Wo ist der dritte? Ich bin dir! Ich habe mit dem bowen. Du bist riesig, seine Frage schmerzt! Ich bin mir das, würde ich nicht sagen. Guck dich sein. Du bist du bis zum Glück. Du bist viel mit demoleiligen Zellen! Das kannst du! Bis zum Glück! Du bist dein Stück! Es ist dein Stück! Du bist du beim Hüten! Du bist gesund! Ich habe ein paar Behälter dabei. Ich habe gerade gedacht, das müsste doch schwerer werden. Was war da? Tügel. Kuppe holen? Ich bin quasi gar nicht tot. Oh, leid. 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 Neid. Oh, leid. Oh, leid. Oh, leid. Niemand? Ich bleib halt mitten in der Treppe. Dinn! Ist der Dinn? Dinn! 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 Es ist besser diese Richtung. Du hast es geschafft, nicht wahr? Wir müssen das wirklich machen? Wir müssen das wirklich machen. Wir haben sie. Jetzt gut ist es da, Kollege. Ich bin schon längst weg. Ich bin schon längst weg. Ich habe eine Appel gesehen, in meiner Hand gesehen. Sie ist nicht ein wirklicher Hund. Wir haben keine Hund. Es gibt keine Hund. Sie sind nicht in der Lage, eine Rational-Konversation. Hey, maybe I should just throw a rock or a bottle at it and blow it up safely. Daisy, Daisy, give me your answer, do. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage, for I can't afford a Karen. Wo ist die Gleisanzug-Auszugs-Dingsanlage? Oh. Da muss irgendwo die Luke sein. Na klar, hier drin. Da sind sie. 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 Okay, ich brauche ein Multi-Werkzeug. Ich kann auch kein Multi-Werkzeug. Okay. Gut. Gut. Manik-Aufriss-Satz. Das war's. Hier was drin? Schlecht. Das ist schon mal gut, dass wir jetzt hier dieses Gläsernlager haben. Das ist schon auf jeden Fall ein bisschen. Das war's. 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 Ich kann das nicht umlegen. Das war's. Daisy, daisy. Bitte, bitte, bitte. All for the love of you It won't be a stylish marriage For I can't afford a carriage But you'll be free Upon the seat of a bicycle built for two Daisy, Daisy Give me your answer, dude I'm half crazy All for the love of you It won't be a stylish marriage For I can't afford a carriage But you'll look sweet Upon the seat of a bicycle built for two Daisy, Daisy Give me your answer, dude I'm half crazy All for the love of you It won't be a stylish marriage For I can't afford a carriage But you'll look sweet Upon the seat of a bicycle built for two Daisy, Daisy Give me your answer, dude I'm half crazy I'm half crazy Sorry But you'll thank me later Well, probably not You can't get all the money Are you kidding, are we? Fuck I haven't thought of it I can't go Where did you go? I can't go What was that now? The party Technopartys Anfänger Ich muss ja direkt hier sein. Genug Punkte, um eine Fähigkeit zu kaufen. Ich denke mal, ich hole mir jetzt noch das. Um... Ich habe doch gefüllt. Gehe. Hey little sucker! Have I got any power cells? I can fill them up, too. Achso, die hätte ich mitnehmen müssen, oder? Ops! 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 Wie die halt hier alle drauf sind, das ist irre. Warum ist in der Spüle nicht... Frag mich. Wie haben wir alle diese cleveren Mousetraps auf unsere Brüder gelegt? Und warum? So, da leh. Okay, Mutellen bringen. Boah. Acht Grabungsstellen. Müssen wir wozu mal die ganzen... Okay. Dann würde ich behaupten... Ich hau mich aufs Ohr. Noch ein wenig Schlaf bis hier aufschaut. Ähm... Äh... Hau mich aufs Ohr. Aber ich sag vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Wünsche euch alles Gute und schaut morgen wieder rein, dann geht's weiter hier. In a happy few. Gucken wir mal, was hier weiter passiert. Bis dahin habe die Ehre und servus.